Alles mit links ist der Titel der Ausstellung mit Bilden von Wolfgang Blomröse in unserem Schaulager hier in Regensburg. Für unsere aktuelle Ausstellungsreihe Sommer der Fantasie hätten wir uns keinen besseren Auftakt wünschen können. Alles mit links spielt einerseits auch die Handschrift des Künstlers Wolfgang Blomröse an, der mit der linken Hand filigranste Zeichnungen zu Papier bringen kann, sondern der auch, ebenso wie einst Leonardo da Vinci, in der Lage ist, fließen und mühelos in Spiegelschrift zu schreiben. Eine Fähigkeit, die besonders bei der Stellung von Radierungen zu Pass kommt. Alles mit links bedeutet aber auch, etwas mit Leichtigkeit erledigen können. Hier die Flüchtigkeit eines Traums oder einer Assoziation im Fliehen zu erhaschen und sie aufs Papier zu bannen. Den Bildern von Wolfgang Blomröse können wir uns anvertrauen wie den Worten eines Märchenerzählers. Und wir können uns von ihm in Bildwelten entführen lassen, deren schönes Geheimnis wir schon oft geahnt haben, aber nicht habhaft werden können. Blitz, Donner, Regen, Fluss und Meer, Narren und Könige, bevölkern die Blätter aus dünnem Tohsappelten, ein Material, das Wolfgang Blomröse ziemlich exklusiv bespielt. Eine dramatische Bühne. Aber, wenn der Wirrwarr stille schweigt, in dem Moment des Innehaltens, das ist der Augenblick, den Narren in die bildliche Form band, indem er das Spiel von Zauberern, Giftzwergen, eglen Rittern und mutigen Wasserfexen anmutig darstellt. Alles in allem ein Sommernachtstraum. Und der Besuch der schönen Ausstellung eine veritable Belohnung und jeden weiten Weg wert. Unser Sommernachtstraum ist tagsüber geöffnet. In unserem Schaulager am Schallanpier in Regensburg, nur wenige Meter von der Donau entfernt. In unserem Schaulager am Schallanpier in Regensburg, nur wenige Meter von der Donau entfernt.